Mist! Äh, ne, die brauch ich zum Gucken. Dann halt die andere. Ich bin nämlich schnurzig, dich, hier. Schnurzig. Okay. Das brauch ich unten. Aktivierungskristall. Ich bin voll voll... Gut, toll, wundervoll vorbereitet. Du bist... Du bist so Gold vorbereitet. Dich hat man so in Gold getunkt und jetzt... Ja, hab ich dabei. Okay. Silence. Bin, brauch Konzentration. Tadaa. Oh my gosh. Sanguine Helmet. Miner. Ach, was? Schmeiß ihn einfach drei Kilometer hinter mich. Ja. Schiff. Ja. Loil. Fancy. Vor allem weil der Helm irgendwie nur so halbexistent ist. Ja, das ist halt hier so ein Drei-Band-Umschnalldingen, ne? Ach so, okay. Vor allem weil das einfach rote Gorgels plötzlich sind. Duuuts. Vor allem... Vor allem... Jetzt sehe ich eigentlich noch mehr wie so ein verrückter Wissenschaftler aus. Ja. Es passt aber gut zu deinem Top. Das nur so am Rande. Es ist F5, F5. Dün, 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 dün. Gut, okay. Jetzt, dass wir auch ins A gucken können, ganz einfach. Aber, okay. Ich wollte mich ja auch umdrehen können, weil meinen Rücken sehe ich im Aventar ja nicht. Okay. Gut, haben wir das. Und was als nächstes? Ist deine Rüstung eigentlich schon voll? Die ist voll, ja. Die hat schon zu viel gesoffen, ja. Nein, weil die glitzert. Warum glitzerst du? Eigentlich nicht. Ja, warum glitzerst du? Sparkles. Ach so, ja, das sind die Potion-Effekts. Von in Wirbelwind 2, Nachtsicht, Boost 2, Haze 2 und Feuerresistenz. Hä? Von der Rüstung jetzt oder wie? Von der Rüstung. Ich will auch. Er will auch. Wann hast du das gemacht? Während du auf wirst. Da sind noch ein paar Siegel drin. Ja, ich hab keine Ahnung wie das geht. Noch mehr. Oder erklär mir. Also, dann nimmst du die Filzsockets und platzierst die hier so drumherum, wie du es im Crafting Table auch machen wirst. So ein Armophorisch. Dann nimmst du dir eine Demon Bloodshard, die drin liegen müsste. Ja. Packst die da rein und packst dann zwei, maximal zwei Siegel rein, die du da haben willst. Welche hast du alle rein? Welche hast du alle rein? Bewege ich ja hier. Lava, Siegel. Siegel ist Wirbelwinds. Warum habe ich eigentlich über... Egal. Warum hast du die ganzen Siegel? Was hast du da hinten? Die sind ja überall verstanden. Aber Siegel habe ich hier. Haze und Fast Miner. Divination. Das ist der erste Titel. Growth and Void Titel. Ich kann mich mal kurz auf das Feld stellen. Ich kann es auch sein lassen, weil das Feld komplett leer ist. Okay. Zurück zum Thema. Ähm... Deine Bienen war das, ne? Ich würde sagen, wir hatten ein Thema. Ach, ich habe die Quests noch nicht. Man muss nämlich wissen, durch das Update auf 3.1.1 sind wir aus unserer Gruppe rausgeflucht. Wir haben eine neue Gruppe ausgemacht. Und ich habe alles hinterher gemacht. Und... ja. Einfach zu machen hatten wir jetzt die Chat über uns. Jetzt haben wir Multiple Views. Ja auch. So. Viel haben wir jetzt eigentlich... Nicht viel. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr erzählt habt. Ich bezweifle es irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr erzählt habt. Ich bezweifle es irgendwie. Ähm... Guck mal nachschauen. Ja, eine Reward-Pill geben. Wohl er hat's nicht gut. Die sind ja nicht mehr so wichtig. Nö. Ist ja egal jetzt. Wir haben's eben. Vor der Hording. Da braucht man seit neuestem nur noch zwei Sachen. Monster Hunter. Na dann spiel dich doch mal Monster Hunter. Monster Hunter, viel Spaß. Liller Wahnsinn. Wir brauchen Amaranth Planken. Wer holt die? Ähm... wir haben Amaranth Stairs. Können aber Planks sein. Davon 100.000. Kriegst du hin, ne? Keine Ahnung, wie man... Farms hier sammelt. Machen wir erst mal was anderes. Was machen wir denn? Machen wir einen Stab, oder...? Guter Monster Hunter. Ja, tue ich auch. Fleißig. Wow. Geh, Schatz-Skeleton. Geh, Schatz-Skeleton. Geh, Schatz-Skeleton. Ah, das ist ne Drawbridge. Mhm. Das ist ne Drawbridge. Warum? Geht. Mhm. Ich weiß grad selber nicht mehr warum. Ach, zum Auf und Zu machen. Ach, zum Auf und Zu machen. Ach, zum Auf und Zu machen. Ich bin ein Dreiviertel. Zu unpräzizer. Was ist das? das auch für sich um noch umliegen auch nicht da brauchen wir noch mehr von die Höhe einer reicht, okay da brauchen wir auch um transition plane ich rede gerade im monolog weil die anderen ja so unglaublich still seid ich bin beschäftigt mit Rüstung machen ich merke, dass die XP hier nicht vernünftig rausgehen weil die in der Fresse hängen kann ich das kurz aufklappen? geht das? aufklappen nicht, aber du kannst hier die Blöcke einfach mal kaputt machen aber da geht doch auch nichts durch bei ja, du kannst den HF Slap schon auch noch kaputt machen dann kann ich da ganz noch raus Moment, das eine oben hier haben ich kann es nicht mehr zumachen höre angenehme Sachen da danke, weil das ganze Zeug geht ah ja, jetzt geht es raus langsam, okay ich muss auch hüpfen dann geht das ich glaube, das war die HF Slap das ging aber vorher schon das ging aber auch nicht als die HF Slap nicht da aber also man muss auch hüpfen ansonsten packt das nur rum was machen wir eigentlich ohnehin fertig sind äh, feiern? ja, wenn so, irgendwie so, jetzt brauche ich noch einen zweiten Enderman killen das habe ich ja recht schnell geschafft wenn es wieder nachts ist das nächste Mal ich auch tagsüber muss nur darauf warten bis der nächste kommt, ne? könnte es eigentlich auch ins End gehen komm ich so wieder zurück? wollten wir ja auch alles zusammen machen wenn du ein Warbruch hast, schon hab ich ja nicht oder eben wenn du diesen komischen Ender, Drachen, Eier, Brunnen warum ist das denn? ja, das ist nur wenn ich ihn umbringe ja und das ist momentan nicht das Ziel sondern es ist ah, da ist ein Enderman der wird sich aber gleich weg teleportieren weil ich so ein scheiß Schlammenschwert habe dann schlage ich ihn einfach mit meiner Axt oh das waren drei Hits mit der Axt okay, hab gewonnen pff, Quest complete OP, OP sicher? ach, Magical Beastie es geht schon alles klar, okay so, Witches habe ich recht schnell Brainy Zombies habe ich auch recht schnell wenn ich da stehe Slimes keine Ahnung, wie ich an Slimes rankommen soll ähm, durch die Trees kann man natürlich daraus normale Slimes craften es gibt doch auch andere Slime kann man nicht warte mal was war das Barrel Milch und dann noch irgendwas daraus macht man Slime ja, Slime den Mob nee das Item aus dem Barrel Milch und so macht man Slime als als Item Slime Vault ich dachte eigentlich der Spawned ein haben wir unten eigentlich noch unsere Spawn Plattform für Sachen ja, aber ich glaube die liegt nicht in einem Slime ja, das nicht aber dann kriege ich wenigstens die Witches alle beziehungsweise Witches und vor allem am ehesten die ähm äh Angry Zombies das macht auch Sinn ich darf sind aus dem mal ein Level in der Mitte mit blauer Farbe und krieg aus dem Ah so. Wir sind jetzt in den ersten Teil der Quest fertig. Nein. Ich glaube ich ohne Magnet Touch noch aufgebaut gehabt. Unten ist einer. Ja, die müsste mal weg. Ich weiß noch nicht wo. Äh, die Magnet Touch steht bei deinem Turbinenreaktor, Dingswurms, Falara. Sind die Bäume da unten weiß, oder ist das für mich falsch gerendert? Nein, die sind weiß. Warum? Weil ich aus denen ganz viel String für ganz viel Wolle gewonnen habe. Ah. So, naja, ganz viel betrieben, aber... Ah, was ist das? Übrigens mit der Null auf dem NumPad kann man irgendwie so ein komisches Menü öffnen mit Rayla und Modules. Ja. Und macht das? Äh, das kleine Fensterchen in Rayla. Das heißt, in Rayla kannst du einfach überlegen wie es aussieht. Hm. Cool. Modules sein soll. Achso, das kleine extra Dinger. Ich... Ja. Aggie anzeigen und so. Problem ist nur, ich habe mittlerweile endlich mein Mute Key von der 2, weil die so unpraktisch ist, auf Null auf dem NumPad gelegt, weil das keinen Mensch brauchte normalerweise. Und Minecraft verwendet natürlich die Tast... Ach komm, ich lege jetzt einfach die Null um. Optionen... Controls... Configure... Wailer... Ach, NumPad 4, 1, 0, 3 und 2 verwendet das. Wailer... Conflict... Conflict... Numpad 5. So. Du kannst das ganze NumPad durchgehen, in der Hoffnung, eine richtige Taste zu finden. Irgendeine Wailer-Taste triffst du ja immer. Mhm. Äh... Sch-sch-sch-sch-sch... Hier war das irgendwo hier unten. Genau. Was brauche ich dafür? Ach, nur meine Güte. Okay. Ich hab geschaut, was ich alles noch an, ähm... Elementen in Gläsern brauche. Um das alles noch schön auffüllen zu können. Ich brauch 32 von allem. Also von den Standard-Teilen. Und 64 von Magie. Gucken, wovon ich was hab. Ähm... Ich hab ein Wasser. Ja. Ja. Das ist schon mal Anfang. Ja. Ja. Außen lang. So. Und wir können Reward claimen. Mach ich danach gleich mal. Ja. Ja. Und du? Ja. 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 Welches denn? Achso, hier, äh, die End... Ah, Hydraulic Guild. Huh. Für mich gab das ne Legendary Reward Bag mit... ZOMG Reward! Bound Axe, Bound Shovel, Bound Pickaxe. Oh, okay, das ist echt nicht schlecht. Ich hab auch ZOMG Reward und ein Green Heart Kanister. Aber die Bound Axe macht einfach elf Schaden? Axe me about my puns, ehrlich? Was für ne... Bound Shovel? No, not that type of Spade. Diese Hohle ist verdammt, do not like stone. Reactiviert. Efficiency 5, Looting 5, an der Spitzhacke. Jo. Und ein gelber Heart Kanister und ein volles Herz. Me, 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 me. Okay. Hedgehog, Hedgehog, Hedgehog! Was? Ja, ich möchte die Bound-Sachen hier an unsere tolle Kiste legen. Alter, könnte dein komischer Asthma-Teufel-Riese aufhören, mir ins Ohr zu röcheln hier? Hehe. Röcheln, rote oder orange, ne? Ach, egal, ich glaub, die röcheln beide. Der mit dem Flügelchen halt. Grazile Fee. Wir haben keine Federn? Ich glaub fast nein. Wir haben ja nie Hühnchen geschlachtet. Und da kommen jetzt keine Federn mehr troppen seit geraumer Zeit. Wir haben zwei Stacks Gästhiers, aber keine Federn. Weil wir keine Hühnchen haben. Auf den... Ah. So, 32 Luft, ich fang einfach mal simpel an. Ich hab 26, ich brauch noch 6 Luft. A. D. B. B. Untertitelung des ZDF, 2020